Montag bis Freitag. Versprich mir, dass wir immer zusammen Songs schreiben. Egal was kommt. Ali, Sie können keine Songs mehr für Austin schreiben. Ich dachte, du wirst eifersüchtig, wenn Austin mit einer anderen ausgeht. Ich verliere meine Swag. Dieses Team bringt nichts auseinander. Ich denke, wir geben ein fantastisches Team ab. Als du Lampenfieber hattest, wie hast du dich da beruhigt? Hab an meinen Haaren gekaut. Denke nicht mal dran. Austin und Ali. Montag bis Freitag, 14.30 Uhr im Disney Channel. Timburglichkeit Stamm Brett Finta Lίper должна esורה, esлам